Das Problem sind oft die Wähler, die wählen dann und nach zwei, drei Monaten denken die dann, ach du Scheiße, das verstehe ich nicht oft, ich verstehe die Menschen nicht, das geht mir ganz oft so, ich war neulich zum Beispiel in Essen und da hatte ich auch dieses Gefühl, ich verstehe die Menschen nicht, ich fuhr so ein paar Stationen mit der U-Bahn und da fuhren so ein paar 18, 19-Jährige mit und da habe ich voll den Dialog mit angehört. Der eine meinte so, ey voll krass, ich muss auschecken, ey umchecken, ey langsam reiten, hier ist voll der Auschecker, ich schwöre, voll endgeil, vier Uhr vor Platz, ah fett, Dialog Ende. Ich dachte Essen, okay, aber welcher Planet? Und da habe ich gedacht, diese Menschen haben die Regierung gewählt, kann das richtig sein, mal vom Ergebnis ganz abgesehen. Sollten Politiker überhaupt gewählt werden oder sollte man nicht erstmal das Volk auswechseln?